Ein Obduktionsassistent ist für verschiedene Tätigkeiten zuständig, die mit der internen und externen Untersuchung verstorbener Personen zu tun haben. In den meisten Fällen arbeitet ein Obduktionsassistent unter der Aufsicht eines Pathologen, aber ein Obduktionsassistent arbeitet je nach Arbeit auch unabhängig. Als Obduktionsassistent unterstützen sie den Pathologen bei der Untersuchung möglicher Todesursachen von Menschen, indem sie verschiedene Tätigkeiten wie Blutentnahme, Flüssigkeitsentnahme und Gewebeentnahme durchführen. Sie machen auch Einschnitte, um Ausschnitte für die Forschung zu ermöglichen. Diese unterschiedlichen Aktivitäten können notwendig sein, um im Nachhinein feststellen zu können, ob sich die Diagnosen als richtig herausstellen. Die verschiedenen Aktivitäten werden in der Regel nicht alleine, sondern zusammen mit einem Pathologen durchgeführt. Weitere wichtige Aufgaben, für die ein Obduktionsassistent zuständig ist, sind das Ausfüllen und Bearbeiten von Verwaltungsformularen sowie die Prüfung von Verwaltungsformularen. In allen Fällen sollte die Arbeit eines Obduktionsassistenten als unterstützende Tätigkeit des Pathologen angesehen werden. Auch die Information von Fachärzten, Analytikern, Besuchern und Bestattungsunternehmern gehört in der Regel zur Arbeit des Obduktionsassistenten. Natürlich muss der Beruf des Obduktionsassistenten zu ihnen passen, da es sich um sehr heikle Arbeiten handelt. Genaues und hygienisches Arbeiten ist auch wichtig, um die Ausbreitung von Keimen zu verhindern. Autopsien werden für wissenschaftliche Forschung oder für gerichtliche Untersuchungen durchgeführt. Bei gerichtlichen Ermittlungen liegt in der Regel eine Straftat oder der Verdacht einer Straftat vor.